2% EL Aceto Balsamiso, 11 türkische Lige, scharfer Senf, 3 türkische Lige, Ahornsirup, Klammer auf Ersatzweise, Agavendicksaft, Klammer zu, Rapskernöl, 1 Salz, 1 Pfeffer, 11 rote Zwiebel, 5 Radieschen, 1250 Gramm Datteltomaten, 250 Gramm grüner Spargel, siehe Seite 56, folgende Klammer zu, 11 Baguette Brötchen für 2 Personen, 1 ca. 290 Kilokalorien pro Portion, 1. Für das Dressing 2 Esslöffel Aceto Balsamiso mit dem Senf und 2 türkische Lige, Ahornsirup gut verrühren, 3 Esslöffel Rapskernöl unterschlagen und das Dressing mit Salz und Pfeffer würzen, 1. Die Zwiebel schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden, die Radieschen waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden, Die Datteltomaten waschen und halbieren, dabei die Stielansätze entfernen, den Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden, die Spargelstangen in ca. 4 cm lange Stücke schneiden, 3. 1 Esslöffel Rapskernöl in eine Pfanne erhitzen, den Spargel darin ca. 5 anbraten, eine türkische Liga Ahornsirup und den übrigen Essig untermischen, Den Spargel mit Salz und Pfeffer würzen, aus der Pfanne nehmen, die Pfanne säubern, dann darin 1 cm hoch Rapskernöl erhitzen, das Bagotebrötchen quer in dünne Scheiben schneiden und im Öl goldbraun, braten, herausnehmen und auf Küchenpapier entfetten, das Dressing mit den vorbereiteten Zutaten mischen, den Salat sofort servieren.